Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die Top 5 besten Schlafsofas. Dabei haben wir 5 verschiedene Sofas rausgesucht mit unterschiedlichen Designs und aus 5 verschiedenen Preisklassen. Dabei haben wir darauf geachtet, dass wir nur Modelle nehmen, die eine außerordentlich gute Qualität und ein starkes Preis-Leistungsverhältnis haben. So, nun viel Spaß beim Video. Wir stellen euch die Sofas nacheinander vor. Mehr Infos zu allen Modellen erfahrt ihr auch über die Links unten in der Videobeschreibung. Das erste und günstigste Modell aus diesem Vergleich ist die Mirian Sonic. Bei dieser Schlafcouch handelt es sich um einen Dreisitzer, welcher in einem Chestergrau und auch in einem Veluto erdbraun vorhanden ist. Dieses Sofa besitzt eine Länge von 1,94 Meter, eine Breite von 90 Zentimetern und eine Höhe von 88 Zentimetern und bietet eine große Schlaffläche von 1,94 Meter mal 1,17 Meter, auf der auf jeden Fall zwei Leute Platz finden können. Zudem besitzt sie einen Bettkasten, in dem man beispielsweise sein Schlafzeug verstauen kann. Das Modell ist aus stabilem Kiefernholz gefertigt und bietet eine bequeme Schaumstoff-Sitzfläche. Die Rückenlehne ist aus demselben Stoff gefertigt und generell handelt es sich hier um ein hochwertiges, aber auch bequemes Modell, welches man sehr leicht ausfahren und mit nur ein paar wenigen Bewegungen zu einem bequemen Bett verwandeln kann. Mehr Infos zu diesem ersten und günstigsten Modell über den ersten Link in der Videobeschreibung. Alternativ gibt es aber auch das AC-Design Jasper. Dieses Schlafsofa kommt mit einem etwas anderem Design. Dieses ist äußerst zeitlos und besitzt einen einfachen, minimalistischen Look. Das Bettcouch Jasper ist die perfekte Lösung für das Wohnen auf kleinem Raum und für alle diejenigen, die ihre Quadratmeter optimal ausnutzen wollen. Die Schlafcouch bietet drei verschiedene Positionen. Mit dem Klick- und Klack-System kann man diese hier im Handumdrehen einstellen und das Sofa in eine Liege oder ein Bett verwandeln. Die Verarbeitung des Modells ist zudem sehr hochwertig. Die Nahtdetails auf der Sitzfläche und der Rückenlehne verstärken die Kissen auf beiden Seiten und die Pflege beschränkt sich bei diesem Modell nur auf das Absaugen und das Entfernen gelegentlicher Flecken. Paspeln an den Kissenkanten verleihen dem Polsterstoff das gewisse etwas und zudem hat man hier eine ziemlich große Auswahl bei dem Modell zwischen sechs verschiedenen Farbvarianten, angefangen von schwarz bis grau, grau-weiß oder auch eine grau-blau-grüne Variante. So kann man das Schlafsofa an die Inneninrichtung gut anpassen. Die Liegefläche dieses Sofas beträgt 1,96 x 1,23. Mehr Infos zum modernen und minimalistischen Jasper Schlafsofa von AC Design über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Als drittes möchten wir euch ebenfalls wieder ein Modell von Mirjan24 vorstellen, das Schlafsofa Jonas. Hier fällt erstmal auf, dass es sich um eine Textilcouch handelt. Diese ist in sehr vielen verschiedenen Farbvarianten erhältlich und macht einen äußerst hochwertigen Eindruck. Die Schlaffläche dieses Modells beträgt 1,95 x 1,16 m und es kommt außerdem inklusive Kissen-Set mit Reißverschlussen. Der hochwertige Webstoff sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch äußerst robust und bequem. Mehr über das Schlafsofa Jonas über den dritten Link in der Videobeschreibung. Hier könnt ihr euch auch sämtliche positive Kundenbewertungen durchlesen. Kommen wir nun zum vierten und vorletzten Modell, unseren persönlichen Favoriten. Es geht um die MB Möbel Schlafcouch, welche hier auch in acht verschiedenen, sehr schicken Farbvarianten erhältlich ist. Dieses Modell besteht aus dem Bettkasten an sich und einer kleinen Rückenlehne, die vor allem durch zwei große und sehr bequeme Kissen ergänzt wird. Die Armlehnen werden hier ebenfalls durch zwei kleinere Kissen gebildet, die auch separat abgenommen und umgestellt werden können. Mit nur wenigen Bewegungen ist diese Schlafcouch hier in ein Bett verwandelt und hier kann man die Kissen dann auch super als zusätzliche Schlafkissen verwenden. Besonders gut bei diesem Modell gefällt uns die zweifarbige Aufteilung der Farbakzente. Diese machen einen äußerst hochwertigen Eindruck und verleihen dem Ganzen einen aufregenden, abwechslungsreichen Look. Die Liegefläche dieses Modells beträgt 1,96 x 1,40 m, womit sie die im Vergleich bisher größte Schlaffläche bietet. Etwas größer ist nur das nächste Modell. Das MB Möbel Schlafsofa ist aus hochwertigem Strukturstoff gefertigt, welches sehr strapazierfähig ist und eine hohe Verschleißfestigkeit besitzt. Der andere Teil des Sofas ist aus hochwertigem Kunstleder gefertigt, ein Stoff mit einer lederähnlichen und auch sehr hochwertigen Struktur. Die kostenlose Lieferung dieses Sofas erfolgt inklusive Aufstellung und Montage durch die Mitarbeiter der Firma. Mehr Infos zum MB Möbel Schlafsofa, welches in diesem Vergleich übrigens von allen Modellen am besten auch bewertet wurde, über den vierten Link in der Videobeschreibung. Ein fünftes und letztes Modell möchten wir euch allerdings noch vorstellen. Das größte Schlafsofa aus diesem Vergleich. Ein Modell, welches aus sehr hochwertigem Mikrofaserstoff besteht. Man kann dieses Modell in verschiedenen Farbvarianten erwerben, von einem simplen Grau oder Schwarz bis hin zu einem sehr modernen Weißgrau oder auch einem Vintage Braun. Diese Couch besitzt drei extra große Rückenkissen und eine hochwertige Federung der Sitzfläche. Zudem kommen hier noch zwei kleinere Kissen mit dazu. Alle Kissen kann man natürlich sich auch so anordnen, wie man es gerne möchte. Ist die Couch ausgeklappt, bietet sie eine große Sitzfläche von 1,50m x 1,90m. Wie gesagt, die größte Fläche von allen Modellen aus diesem Vergleich. Und bietet dann auch die Möglichkeit, sich hier auch mit bis zu drei Personen hinzulegen. Auch hat man hier natürlich dann noch die Kissen, die hier auf dem Sofa auch angeordnet werden können. Und die Gemütlichkeit wird hier aber nicht nur durch die kuscheligen Kissen gewährleistet, sondern wie gesagt auch durch die gute Federung der Sitz- bzw. Liegefläche. Es handelt sich beim Big Sofa von Lifestyle for Living um ein erstklassiges Big Sofa mit zeitlosem Design. Hier wird wie gesagt aber auch Gemütlichkeit groß geschrieben. Die großzügige Gestaltung, die Wellenfederpolsterung und die gemütlichen Kissen laden hier zu erholsamen Stunden ein. Zudem überzeugt der hohe Bettkasten, in dem man allerhand verstauen kann. Einzige Voraussetzung bei diesem Modell, man braucht etwas mehr Geld für die Anschaffung und auch etwas mehr Platz. Dann bekommt man hier aber ein sehr großes und gemütliches Modell. Die Premium-Variante, wenn es um Schlafsofas geht. Preislich ist das Ganze trotzdem aber auch noch in einem gewissen Rahmen. Mehr Infos zum Lifestyle for Living Big Schlafsofa über den fünften Link in der Videobeschreibung. Als sechstes haben wir euch aber auch noch einen Link reingepackt, um noch weitere Schlafsofas zu erkunden. Wenn euch hier keines dieser 5 Modelle zugesagt haben sollte. Nun vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.